Hier noch ein paar Fakten zu meinem letzten Projekt. Das Bild wurde speziell und extra für mich von einer Künstlerin gezeichnet. Sie heißt Nicole Jandel und dieses tolle Bild bekommt ihr nur bei mir im Shop. Es ist 50 x 70 cm groß, hat insgesamt 42 Farben davon, 12 AB-Farben und 5 Neon-Farben. Der Wahnsinn! Und an diesem Kunstwerk habe ich 36,5 Stunden gesessen. Ich finde, es ist ziemlich flink. Ich bin sonst etwas langsamer. Und das Ganze habe ich in vier Wochen vollbracht.